Ah, Rast! Kennt ihr diese Vibes, in denen ihr gefühlter Spiel innerhalb von ein paar Stunden durchspielt? Genauso einen hatten wir. Und das erwartet euch in diesem Video. Auto, auto, auto! Is it? Tommy and me? Ja, ich bin... Double hit, double hit, dead! Da kommt ein Boot. Zweimann. Ich bin Headshot. Ich muss... I know that. Ja, die fahren auf unsere Base zu. Ja, 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 wir haben gerated. Eine Headshot. Ich bin dead. Wir haben gerated, Cookie. Bitte vergesst nicht, dass ich seit neuestem auf Twitch streame. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit einen wunderschönen guten Tag, Ladies und Gentlemen. zu einem neuen, kleinen Rast-Abenteuer. Schön, dass ihr mit dabei seid, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich war jetzt ein paar Tage... Naja, kann man sagen... AFK. So, Freunde. Geh mal rein. Leg mal los. Und let's fucking go. Ich hab Bock. Cookie kommt dann auch noch. So in einer halben Stunde. Ich hab gesagt, ich geh schon mal rein. Und versuch mal, den Start schon hinzubekommen. Jo, 100 Pro. Oder er ist schon weiter. Ich tippe erst da, wie ich sage. Jetzt seh ich Höhen. Zwei. Das war ja so klar. Ah, scheiße. Okay. Also, back to the beach. Vielleicht haben wir diesmal mehr Glück. Ich bin gut. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Hey, Cookie. Was hättest du von der hier? Den mach mal. So. Oh, oh. Ravi bei mir. Hab ihn hit. Hab ihn dead. Hab Ravi. Soll ich den Hessi gleich, äh, spielen? Wenn du willst. Ne, ich glaub nicht. Ich glaub, den heben wir für den Ravi auf, oder? Und da willst du nicht gleich den Ravi spielen? Ja, schon. Aber, ja, eigentlich schon. Weil wir kaufen eh Peifen. Wir können ja Richtung Water mal gehen und schauen, dass wir die Diesel kriegen. Äh, nee. Da müssen wir nochmal nach Hause. Oh, schau mal hier. Oh, ich hab noch einen. Lol. Beste Garage ever. Oh, der Bot schießt auf was. Pass auf. Out, 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 out. Is it? Is it? Is it? Is it? Is it? Crossy hit, crossy hit. Meinst du? Ne, viel ist noch drin. Autoteile auch. Ich glaub ich mal was. Hast du? Ich glaub, er ist gestorben. Hier liegt er doch. Er ist verblutet. Achso. Er hat einen Ravi. Fahr mal halt mit seinem Auto zurück. Er hat einen Ravi. Guck ich. Jaja, ist schon. Oh, meckle. Ja, dann fahren wir mal Auto zurück, oder? Warte, warte hoch. Da kam gerade ein Fall geflogen, 340. Ja, davon, ey. Ja, ja. Haben wir ihn? Naked hit? Ich weiß nicht, aber down ist down. Ja, aber da war ein schwarzer Naked im Wald. Ich hab ihn jetzt. Ich glaub, er ist gut. Lol. Ab den Crossy? Hassy bait. Hassy bait. Mhm. Ja, können wir gleich mit dem Auto Autos fahren. Oh, Manni, Manni. Ja, komm. Ich bin fast dead. Einer, einer war's tot. Ich bin full dead. Zwei Leute. Einer hat einen Headshot hit. Ich bin hit. Absoluter Crossy God. Wir nochmal hit. Hast du ein Back in der Nähe? Nee, ich komm von der Base. Ich hab kaum Leben. Einer hat einen Headshot hit, dabei ist nicht so. Ja, die heilen sich jetzt auch wieder, der zweite. Die haben dich noch nicht gelootet. Die sind gleich weggerannt. Die haben 35 HP. Aber du hattest echt viel. Einer dead? Ich bin langsam, ich bin gleich da. Ich seh schon das Monument. Den zweiten seh ich nicht. Vielleicht hatten wir den zweiten. Ich hatte einen gut hit. Verdammt gut hit. Ja, ja, ich bin gleich da. Ich seh's schon, alles. Da kommt Naked von hinten. Haben wir da Head? Ich muss bloß deine Leiche im Auge behalten. Ich weiß nicht, ob ich den anderen hatte jetzt. Oder ob er auf dem Revy... Ja, er läuft zum Glück. Scheiße, guck, ich hab keine Money mehr. Ich glaube, er hat sie nicht bekommen. Der Maid ist drin. Ich hab ihn jetzt schon erst. Boah! Naked, 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 guck mal. Töte. Ich hab mich getroffen. Der hat immer auf die HDB aufgehoben. Ja, ja, alles gut. Ich hab keine Money. Der Leiby hat mich. Ah, ich bin one shot. Ich glaub, er hat keine Money. Ich hab kein... Ich muss den anderen stellen. Nimm, 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 nimm Money. Ich hab den Money gejobbt. Ich brauch Heal. Ich hab... Ich will ausbluten. Nimm Stoff aus meinem scheiß Ding. Danke für den Call. Ich hab deinen Revy. Ich hab deinen Revy. Okay, ja. Wir sollten gehen. hast du die db oder ja ich muss nur du hast den code glaube ich jetzt ich bin raus ja sofort ich glaube noch schnell sein kid ja lass gehen ja ich habe noch einen schuss und wir brauchen kisten ich hoffe das andere zeug ist nicht gespawnt was ich gedroppt habe kommt sofort auf jeden fall jetzt ein paar kids oder der unten brennlicht er ist eine fetter andere set die sind voll ja diese dinge die checken es nicht die checken es nicht und alles da kommt was wo ist da was gesprungen warte ich mach mal weiter 2 bogeys 1 hit 1 hit ich bin hit zweit ist los ok und oh ja jackie hässi alles die vier holt wir können die scheiße nicht zu sehen diese kämpfer werden noch mal kommen ich gehe zu welchen weg wird mich gescheit ja 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 aber ist ok 355 tierfälle hast du gesehen wir sollten die da oben mal kurz contesten crossy er ist hit er ist innen drin nein doch nicht ok einer double hit läuft hinter die base ok ich bin leer ich bin headshot ich muss einer dead ich bin super low lass mich raus ich bin 15 ap bist du noch dran an ihm ja ja er wird gleich noch scheinbar gegessen ok sehr gut und ich war nicht finished oh die sind frisch gekraftet gegenüber den naked mit speer dann ist die trick base also muss irgendwo hier gewesen sein ganz tausendprozentig befunden er steht ruhig am baum am baum gucki siehst ihn hab ihn hit down 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 er ist down geh 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 ich bin hart low da war noch ein zweiter ja ja der zweite ist bei der metal base oh mein gott er ist full er pusht dich gleich er pusht dich gleich er pusht dich jetzt auf dem weg er schleicht sind du hast ihn hab ihn hit hab ihn hit hab ihn hit er lädt glaube ich noch oh mein gott digger der ist so voll ja ich bin hart low ne hab ihn headshot er ist dead er ist dead er ist dead ok du musst looten du musst looten du musst looten du musst looten ich hab drei sars im impf ja ja ok komm wir der ist randvoll der hat noch checky alles dabei ich glaub das sind die raider hast du den anderen ja der tommy ich bin da ich bin da ich bin da ich kann looten pass du auf ja ich hab schon genommen ich weiß nicht was er in der hand hatte lass weg ok hier ist da aber keine muni nimm tommy ja ja alles gut hier ist hier sind 128 schuss oh komm hier ja ich hab ihn auch headshot triple oder so keine ahnung ich bin super lau ich bin super lau aber er war echt nicht alleine ja 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 ist dead ist dead ist dead ist dead ist dead ich werde ausbunden ich muss den loten ich muss den viel loten und blut mit am spritzen er hat spritzen ich habe seine loote ihre basis hier wir müssen weg wir müssen weg wir müssen den custom typen noch holen vor uns vor uns vor uns ich weiß nicht was er hat bogen bogen alles gut hit ne ne es war custom naked lass es nicht riskieren wir haben keine spritzen frei mini und hier jetzt weiße der Soll ich? Noch einer Noch einer Oh, Spaß hat meiner AK Was ist mit diesen Bots los? C4 und AK aus den Bots Willst mich echt rollen Da kommt ein Boot, zweimal Einer Headshot Einer Headshot Einer in zwei Da ist er Alter, fährt noch Ich hab den Hesi tot Okay Und Noch ein C4 Wow Geht jetzt mit zwei C4 AK MP5 Einer Und was war es noch? Spaß Armut Auch noch Ist auch gut schlecht Ich weiß wohin Wir die C4 Kleben Ich sag dir, die Base unten ist komplett offen Embeddediv wurde schon geradet oder ich hab keine Ahnung Schau mal, hier ist nichts Kann auch sein, dass ich mich voll täusche Ich mach das jetzt Fuck off Push, push, push Oh mein Gott Böse Oh mein Gott Ohohoho Oh Ich will nicht drüber reden Leute I don't wanna talk Warte, jetzt müssen wir hier irgendwie das Ding leer bringen Ich glaub nicht leer jetzt Da silenced doch was Da kommt was silenced Feuermoney Granate Wo? Oben oder? Unten Die kommen von vorne Oben jetzt, oben jetzt Delta M2 Ist gut, Hit M2 Ich bin tot, Digga Scheiße Ich komm vom Base Aber einer fast dead Komm M2 dead M2 dead Top, top, top Komme, komme, komme Nein, nein, ich bin dead Ich bin dead, ich bin dead Nur noch einer, nur noch einer Der muss auch low sein AK M2 wieder dead, M2 wieder dead Hab ich noch Headshot, hab ich noch Headshot Ich bin tot, hab ihn tot Nice, nice, ich bin full dead Ich bin full dead Oh mein Gott Oh mein Gott Die waren selber raiden Meinst du? Ja, du weißt nicht was ich hab Ich muss mich jetzt treffen und weh Ich komm grad Ich bin der mit der Fackel Loot, 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 loot Ich komm Ich bin jetzt wieder hier Ich bin dead Ich bin dead Ich bin dead Ja, ich hab Timer überall Ich geh jetzt mit Wasser an, ich hab 16 Schuss Ja, ich weiß nicht, ob sie da beides sind, aber wahrscheinlich Und ob sie nicht dippen Ich hab keine Waffe, ich komm von der anderen Seite grad in der Ecke Wer jetzt sterbt, du hast die letzte Bag Robin Nachsicht gerät Nice Love the base Ja, AK Oh mein Gott, C4 Unser ist wahrscheinlich Geh in die Base und guck, ob da noch ein Loot ist Ja Oh ja, hier liegt M2 Jaja, dann wurde ich nicht gelootet Wir müssen das safen, man Die kommen die ganze Zeit Ich weiß nicht, woher Die Bies Die kommen mit DB, man Ja, ich muss die ponnen Ich bin full Aber hast du die AKs? Ja, ich hab eine AK Zwei AKs Zwei AKs Zwei AKs im Volt Ja, nice, let's go Losgehen Oh Äh, oh mein Ja Ich wusste Da lag noch was am Boden Und ein Stack Explo Ein paar Waffen Explo? Ja, und Naked hat's gefunden Ich hab ihn grad gekillt Ah, perfekt Da kommt außen was Ich muss mal kurz den Rücken frei halten Ich mach mit Exploits weiter Ich hab den Weg gekillt Ich glaub, das waren ihre einzigen Kids Kann das sein? Oh Nein Nein Bist du dead? Komm nach oben, komm nach oben Ja, ja, ja Ich bin 19 AP Wir müssen, wir werden das auf Dauer so verlieren Ich bin unten Von wo? Er ist naked mit HV hier Nein, er hat nochmal Hits, er hat nochmal Hits Oh Loll Ah, das war seine letzte, schade Wo sind die? Ich weiß nicht, ich hör nur eine AK irgendwo im Wald Ah, ich seh die, ich seh die, zwei Leute, zwei Stück, zwei Full Kids Aber ich schau grad, ob die AKs kommen Camper Camper Der hat oberhalb von unserer Base angehalten, guck hier Komm in die Base, komm in die Base Oder, warte mal Lass mich das halt schon checken Ich glaub, die sind abgehauen Nein, die sind oberhalb von unserer Base, ich glaub wir haben geradet Ja, die fahren auf unsere Base zu Ja, 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 wir haben geradet Keiner Headshot Ich bin dead Wir haben geradet, gucky Die haben einen Launcher am Rücken Einer fast dead, der Rocket schießt Äh, die Owner sind zu Hause, gucky Okay Ich bin tot Shit, kannst du Base spawnen? Die Grenze deinem Kit? Ja Wir haben eine Flame Rocket am Eingang geschossen Ich glaub dein MP5 Du musst vorne aus und was machen Ja, aber du hast keine Muni mehr Doch, ich hatte noch Muni Weil, ja, ja, ja Bist du drin? Ja Aber gleich geht das alles auf und ich sperre ihn rein Die haben den Camper direkt hier, gucky Ich kann da wenig machen Ich bin Headshot, ich bin Headshot Haben ihn wieder trippelt Ach komm, jetzt kommt ein Grab Und tötet mich Ich hab Timer Wird nichts bringen, die machen das Dach auf Das Dach, machen die Dach auf? Weiß ich nicht Doch, doch, Dach, Dach Noch eine Rocket Nein, eine Wanne Ich bin tot, die haben eine Rocket eingefassen Naja, die gehen grad rein Das ist lost Oh, das ist einfach so vom Zu So unglückliche Zufälle Crossy Haben wir einen Hit? Haben wir einen Hit? Hehehe Fuck Nein, er lebt noch Scheiße, er war so low Aber ich glaub, Kuki, das ist over Das haben wir verloren Aber gut, war, ich würde sagen, schneller Wipe, oder? Wir haben in vier Stunden gesnowballt, wir haben Eurig gemacht, wir haben geradet, oder? Wir haben gecountert und wir haben einen Raid bekommen Also von dem her War's eigentlich schon, oder? Sehr erfolgreich, würde ich behaupten Wir haben sogar geecorated Wir haben alles gemacht Gut, meine Freunde, aber dann, äh, beende ich jetzt Ich hätte sowieso jetzt dann ausgemacht, aber Ich mein, so ist es trotzdem, finde ich, ein guter Schnitt In dem Sinne, würde ich sagen Vielen Dank fürs dabei sein und, äh, wir sehen uns dann, denke ich, erst am Wochenende wieder ig! Go! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017